servus meine lieben freunde zu diesem video dieses ist das zweite wo ich euch zeige wieso manche betrüger den ersten kontakt suchen schau dir diese katastrophalen schreiben an und was teilweise im anhang mitgeschickt wurde und wundere dich wie menschen auf so etwas reinfallen können für mich ist es nicht nachvollziehbar du kannst mir ja deine meinung dazu mal in den kommentaren da lassen los geht's nach dem intro also jetzt mal unabhängig vom text in der e-mail aber was denkst du dir dabei wenn du bei einem kreditangebot diese bilder mitgeschickt bekommst welches seriöse finanzinstitut würde so etwas mitschicken der ausweis stammt natürlich von einem identitätsdiebstahl darum habe ich die sensiblen daten unkenntlich gemacht also ich muss sagen dass diese bilder eine beleidigung für meine intelligenz sind aber pass auf der text der e mail ist um nichts besser die frau vedal schreibt mir hier von einer russischen e mail adresse sehr vertrauenseinflößend vor allem wo sie doch direktorin eines finanzunternehmens in frankreich sein soll und damit wäre die e mail eigentlich auch schon zu löschen liebe leute wenn schon einen kredit online beantragen dann nicht auf eine solche e mail sondern auf der webseite einer renommierten bank alles andere ist unseriös und das letzte eindeutige zeichen für einen betrugsversuch ist am ende der mail ein finanzinstitut schreibt nicht mfg sondern wenn schon dann mit freundlichen größen darunter wird eine ordentliche signatur gesetzt verfasser titel position unternehmen adresse telefonnummer webseite und noch vieles mehr wäre möglich wenn man denn nicht ein betrüger ist aber die fehlende signatur ist eigentlich standard bei diesen kollegen wobei es tatsächlich ausnahmen gibt wie wir später noch sehen jööö der edmund mit der seriös wirkenden gmail adresse hat geschrieben als erstes lässt uns edmund wissen dass er gekommen ist schön für ihn allerdings unangebracht das hier zu schreiben faszinierend allerdings ist es sehr beruhigend zu wissen dass mein schutz und meine zufriedenheit im mittelpunkt seiner existenz stehen das ist doch ein mann zum heiraten und ich habe das richtige profil um einen kredit zu erhalten dabei weiß er ja noch gar nichts von mir er vertraut mir einfach wahrscheinlich vertraut er mir so viel wie seinem afrikanischen oder indischen übersetzungsprogramm dann wird er wohl mehrfach enttäuscht natürlich wird gleich wieder nach allen möglichen persönlichen und sensiblen daten gefragt ohne selbst irgendetwas von sich selbst preiszugeben denn natürlich ist auch der name fake und wie du siehst keinerlei signatur das ist aber beim nächsten fall überraschenderweise anders schauen wir mal rein ja auch mit dieser mail wurden wieder vertrauensbildende fotos mitgeschickt unter anderem sogar mit dem ehemaligen präsident der europäischen kommission juncker jedenfalls eine menge fotos von unterschiedlichen wirtschaftsforen welche einfach vom internet runtergeladen wurden sollten mich die bilder etwa beeindrucken leider nicht geschafft der ausweis von simonetta ist natürlich geklaut und die e mail wie immer auch nicht besser auch wenn ich diesmal mit einer signatur überrascht wurde ich hoffe natürlich dass ich niemals von einem meiner zuseher hören oder lesen muss dass er trotz sehens meiner videos auf jemanden rein gefallen ist der wie simonetta angeblich ein großes finanzinstitut hat und dessen e-mail-adresse simo kredit plus gmail.com ist womit will mich diese frau beeindrucken vielleicht damit dass sie mir zwei optionen anbieten kann die müssen wir uns ansehen ich sag dir mal wie option 1 abläuft hier wird dir angeboten dass dir ein dhlbote eine kreditkarte bringt auf welche dein geld gebucht ist du stimmst zu und am nächsten tag bekommst du eine mail von einer falschen dhl-adresse vorzugsweise wieder gmail worin eine überweisung der zustellgebühr verlangt wird denn die karte ist schon in deiner nähe und kann nach bezahlung binnen kürzester zeit bei dir sein wird natürlich nie passieren weswegen wir auch nichts zahlen wählst du option 2 so wirst du bestimmt aufgefordert vorab die überweisungsgebühren zu zahlen wahrscheinlich an irgendein konto mit einem namen welcher wieder mit einem kreditinstitut einer bank oder gar simonetta zu tun hat also auch finger weg dann sehen wir uns zum schluss noch die signatur an gut ich habe vielleicht ein wenig übertrieben aber im vergleich zu anderen mails ist das schon der helle wahnsinn natürlich fehlt hier noch einiges wie etwa kontaktmöglichkeiten auch wenn die meisten betrüger relativ wenig hirn haben so kann man diesen schon etwas höher in deren evolution ansiedeln auch wenn dieser immer noch einen dreckigen charakter hat bitte merke dir immer skeptisch sein ich würde zum beispiel nie etwas von dir verlangen aber ich bitte dich höflich um ein abo mit glocke oder ein like oder einen kommentar vielleicht möchtest du das video auch noch über deine social media kanäle teilen um andere vor den betrügern zu warnen und wenn du nichts davon machst dann freue ich mich dass du bis hierher zugesehen hast und sage servus bis zum nächsten video